Hallo in die Runde, da ist er, der Bauer aus der Mark. Ja, zur späten Stunde heute, das hat mir schon gestern auf den Finger gebrannt, das Video vom Minister und dann seine sonore Stimme dazu. Er hat jetzt beschlossen oder sich entschieden, 4% für nächstes Jahr dürfen wir weiter nutzen. Aber die Flächen, die dies Jahr schon stillgelegt sind und zur Biodiversität beitragen, die nicht. Gut, da unten ist jetzt so ein Gebiet, das heißt Naturschutzgebiet oder Vogelschutzgebiet von den vier Buchstaben. Da ist keine Flora, keine Fauna, da ist Biodiversität, ist da alles tot. Zahlen die jetzt Kohle zurück? Das war eine Frage. Werden die jetzt bestraft? So, und dann hat er gesagt, ich drehe mal hier ein bisschen dran. Dann hat er gesagt, die 4% soll nur für Nahrungsmittelproduktion gelten. Also Mais, Soja ist nicht. Der Meer, Sonnenblume, Weizen, Mais, nee, Mais geht ja nicht. Den ist aber noch Raps. Gut, was haben wir noch? Roggen, die erste, ist auch ein Nahrungsmittel. Also als ich hier angefangen habe, in meiner Assistentenzeit, haben sie gesagt, die ist ja ein Grundnahrungsmittel. Ja, solche Sachen werden ja mal zu klären. So, und dann soll er doch mal erklären, wie die Fruchtfolge auszusehen hat. Und ich bin da ganz offen. Ich habe Sand, ich habe Anmoor, ich habe Moor mit Toneinschwemmungen, ich habe anlebigen Sand. Ja, Humosen-Sand, ja, dann mal los, ne? Was kann ich denn nach was anbauen? Das ist die große Frage. Hafer nach Hafer geht nicht, Weizen nach Weizen will er nächstes Jahr auch nicht mehr. Das machst du nur aus Not. Und jeder Bauer hat eigentlich seinen Job gelernt und der weiß, was er macht. Und er hat eine 5-Feld-Fruchtfolge. Manche haben bloß eine 3er, aber manche haben eine 5-Feld-Feld-Räger, manche haben eine 6-, 8-Feld-Feld-Räger. Manche haben eine 6er mit Springschlägen. Ja, so was lernt man in der Berufsschule. Oder woanders. Jedenfalls das, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Naja, soll er sich mal einen Kopf machen. Ich bin da offen, er kann ja vorbeikommen. Er kann sich ja mal ein bisschen was umgucken. Und dann zeige ich ihm auch das tote Gebiet. So, das nächste ist, dann kommt er wieder, soll ich noch um die Ecke gehüpft? Auch von den Froschfarbenen, der ist im BMU und meinte, jetzt müssen wir die Kühe besteuern, wegen dem CO2. Das wäre doch eine feine Sache. Da hat sich Jan Harro schon drüber ausgelassen und, naja. CO2-Besteuerung. Bevor wir die Kühe besteuern, habe ich da einen Vorschlag. Wir besteuern erstmal den Wein. Warum? Wisst ihr das nicht? Wenn ich Wein produziere, entsteht CO2. Jeder, der in Zuhause einen Weinballon hat, den Korken, also erst den Saft, vielleicht noch einen Schluck Zucker, das auch ein bisschen Pommes hat. Und wenn den Korken mit dem U-Rohr reinsteckt und oben in den U-Rohr ein bisschen Wasser auffüllt, kann zugucken, wie der CO2 entweicht. Denn jedes Mal, wenn der Wein noch nicht fertig ist, fängt es da an zu blubbern. Und das wäre auch CO2-Besteuerungslödig, oder? Finde ich doch in Ordnung. Schaumweinsteuer haben wir ja schon, die hat ja der Kaiser Wilhelm eingeführt für Wilhelmshaven da oben, für seinen Militärhafen. Aber da ist ja auch Alkohol drin. Und da entsteht ja auch, ist ja Schaumwein, ist ja Wein. Schaumwein, da entsteht ja auch CO2. Und da ist ja noch CO2 drin, wenn du die Flasche aufmachst, die Perlen, CO2. Cola, Bier, Bier haben wir schon, Alkoholsteuer. Ja, also wir werden nur noch besteuert. Und warum? Weil Leute nicht mitdenken können. Ganz einfach. Wir in Deutschland sind nachher das sauberste Land, weil wir haben nachher Zäune, die bis, na da, wo der Flieger gerade ist, 10 Kilometer lang hoch geht. Da kommt nichts drüber von rechts und von links. Mh-mh, geht nicht. Lassen wir nicht durch. Lassen wir nicht zu. Na, wir schon, aber die Grünen nicht. Ist eine Frage, ne? Also, was haltet ihr davon, bevor wir die Kühe versteuern? Oder besteuern durchs Pupsen? Wie sieht's denn aus, wenn wir den Wein nochmal kräftig eben drauflegen? Oder wollen wir mal den Bundestag besteuern? 735 Abgeordnete in dem Raum. Messen wir mal die Konstellation von CO2 oder heißer Luft. Ist egal wie. Kommt sowieso nicht bei rum. Und dann sollen die mal Abgaben zahlen. Das wäre doch mein Vorschlag. In den Kommentaren. Der Bauer aus der Mark.